Hallo, ich habe gerade an dich gedacht, auch wenn wir uns zurzeit nicht sehen können. Ich möchte dir sagen, dass mir deine Gesundheit am Herzen liegt und möchte dich darauf hinweisen, dass eine trainierte Muskulatur dein Immunsystem stärkt. Dafür kannst du trainieren und es geht nirgendwo besser als im Fitnessstudio, denn hier stehen dir modernste Geräte und kompetente Beratung zur Verfügung, um dein Training erfolgreich zu gestalten. Momentan ist es allerdings geschlossen. Deshalb empfehle ich dir, zu Hause aktiv zu bleiben. Warum das so wichtig ist? Ganz einfach. Die Muskulatur regelmäßig unter Belastung zu setzen, führt zur verstärkten Produktion von Botenstoffen, die für die körperliche Widerstandsfähigkeit unentbehrlich sind. Du kannst es dir vorstellen wie einen Akku, den du durch körperliche Beanspruchung auflädst. Er ist dann mit voller Energie für dich da, wenn du ihn brauchst. Zum Beispiel, um Krankheiten abzuwehren. Es ist ein bisschen wie im eigenen Garten. Wenn man ihn regelmäßig pflegt, bleibt er in Schuss und blüht auf. Versäumt man es, kostet es unglaublich viel Aufwand, ihn wieder in Form zu bringen. Mein Tipp für dich heißt, jeden Tag ein bisschen trainieren und dich fit zu halten für die Zeit, wenn du wieder ins Studio kommen kannst und einfach weitermachst, weil deine Muskulatur auch in der Krise kräftig geblieben ist und du diese schwierige Zeit gut überstanden hast. Dann arbeiten wir gemeinsam an deiner Fitness und sorgen für dein Immunsystem. Darauf freue ich mich schon und denke weiter an dich, bis es soweit ist. Dein Fitnessstudio. Und dann ہے wir auf eine Minute. Untertitelung des ZDF, 2020